Was ist wirklich wichtig bei der Welpenerziehung und welche Tipps habe ich für euch? Heute habe ich euch 5 Ratschläge zusammengestellt, die ich besonders hilfreich finde und die auch ganz klar meine persönliche Trainingsphilosophie der gewaltfreien Welpenerziehung widerspiegeln. Viel Spaß! Tipp Nummer 1. Management. Welpen benehmen sich ganz ähnlich wie kleine Menschenkinder. Sie wollen alles kennenlernen. Hinaufklettern, wo sie nur können, alle Gegenstände genau erkunden und schlussendlich sich fast alles auch noch in das Maul stecken. Für Kleinkinder gibt es einen Riesenmarkt für Sicherheitsmaßnahmen. Steckdosenschutz, Klemmgitter und Babyausläufe. Und was bei Kindern selbstverständlich ist, sollte auch bei unseren Hundekindern so sein. Seht das als einen ganz normalen Teil der Entwicklung eines Welpen. Welpen müssen die Welt ausprobieren. Wie sonst sollen sie wissen, wie sie funktioniert und wo sie hier gelandet sind? Keine Sorge. Mit der Zeit entwickeln sich Alltagsroutinen und Gewohnheiten und der Welpe testet immer weniger, so dass ihr eure Wohnung wieder in den Normalzustand bringen könnt. Verschwendet also keine Zeit dafür, eurem Welpen beizubringen. Er soll keine Stromkabel anbeißen oder keine Schuhe stehlen. Wie bei Kindern geht diese Phase, in der sie alles ins Maul nehmen und die Dinge ausprobieren, schlichtwegs von alleine wieder weg. Und stattdessen fokussiert auf die wirklich wichtigen Dinge, die ihr eurem Welpen beibringen müsst. Tipp Nummer 2. Es ist wichtiger, was der Welpe fühlt, als was er tut. Wir wollen gut erzogene Welpen, das ist schon klar. Aber Ziel einer gelungenen Welpenerziehung ist nicht nur, ob euer Welpe ein Kommando ausführt, sondern, dass er sich dabei auch wohl fühlt. Nicht nur aus ethischen Überlegungen, sondern auch um Verhaltensprobleme vorzubeugen, ist diese Überlegung wichtig. Schließlich begünstigen negative Verknüpfungen mit einer Situation Angst- und Aggressionsprobleme. Ein Welpe hingegen, der weitgehend positive Erfahrungen mit der Umwelt gemacht hat, tendiert schlichtwegs weniger zu Verhaltensproblemen. Also, wenn euer Welpe beispielsweise im Restaurant brav auf der Decke liegt, ist die entscheidende Frage, liegt er auf der Decke, weil er sich wohl fühlt und gelernt hat, dass es sich lohnt, auf der Decke zu liegen? Oder macht er es, weil er Angst hat, sonst Ärger zu bekommen? Dementsprechend wird diese Erfahrung nämlich abgespeichert. Ein weiterer Pluspunkt, wenn euer Welpe gelernt hat, dass es Spaß macht, gehorsam zu sein. Dann habt ihr auf lange Sicht einen Hund, der gerne mit euch arbeitet, der das Training genießt und ihr dementsprechend einen motivierten Welpen habt. Tipp Nummer 3. Alles mit der Ruhe. Welpen brauchen Stimulation und eine angereicherte Umwelt. Genauso wichtig sind aber auch Pausen und genug Schlaf. Und das ist über den Tag verteilt ungefähr 18 bis 20 Stunden. Welpen, die nicht genug Ruhephasen bekommen, können ein immenses Problem entwickeln. Insbesondere stehen die meisten Verhaltensprobleme in Zusammenhang mit Stress. Also achtet von Tag 1 darauf, dass ihr den Alltag mit Ruhe angeht und jeder Ausflug stets mit Ruhe beginnt und mit Ruhe wieder aufhört. Worauf ihr da besonders achten solltet, ist, dass der Welpe das Tempo vorgibt. Oft tendieren wir Menschen nämlich dazu, den Welpen schnell vorantreiben zu wollen und von A nach B zu kommen. Seht den Spaziergang ganz philosophisch. Der Weg ist das Ziel. Und wenn euer Welpe 20 Minuten auf einem 20 Quadratmeter Stück Wiese herum schnüffelt, dann lasst ihn das tun. Je entspannter der Welpe auch noch dabei ist, umso besser. Tipp Nummer 4. Jede Menge Beschäftigungsmaterial. Kleine Welpen haben das Bedürfnis, Gegenstände mit dem Maul zu erkunden und diese zu benagen. Nachdem wir vorausschauend die meisten benagbaren Gegenstände entfernen, sollten wir dem Welpen als Ersatz genug Alternativen zur Verfügung stellen, um seinem Bedürfnis zu kauen und Dinge in sein Maul zu nehmen, nachkommen zu können. Ich empfehle dafür, angefangen von diversen Kaumaterial, insbesondere sogenannte Food Toys wie den Kong, der mit Futter befüllt werden kann und so der Hund während der Fütterung beschäftigt ist. Wenn ihr mehrere Portionen pro Tag nicht einfach im Napf serviert, sondern so ein Spielzeug nehmt und es erarbeiten lasst, ist euer Welpe dadurch längere Zeit beschäftigt und sein natürliches Bedürfnis nach Maulstimulation kann er so ausleben. Ihr könnt aber auch gerne dazu etwas selber basteln. Dazu eignen sich beispielsweise Klopapierrollen oder Altpapier. Stopft einfach ein paar Leckerchen rein, sodass der Welpe das Futter auspacken muss. Mein Tipp dazu? Dem Welpen sollte immer wieder verschiedenes Spielzeug frei zur Verfügung stehen, also dass er sich selber bedienen kann. Sorgt jedoch für Abwechslung und räumt immer wieder Spielzeug weg und Neues dazu. Ihr werdet sehen, dass die Spielzeuge dadurch viel spannender bleiben. Tipp Nummer 5. Training findet immer statt. Immer wenn ihr miteinander agiert, lernt ihr und euer Welpe etwas dazu. Insbesondere wenn ihr spazieren geht, rechnet mit den ersten Herausforderungen. Andere Menschen, die sich oft förmlich auf euer Hundekind stürzen, andere Hundehalter mit ihren Hunden, die sich auch nicht immer so vorbildlich verhalten. Und damit das nicht schon genug ist, lauern auf der Straße auch noch diverse Verlockungen wie Semmeln oder einfach Essensreste, die euer Welpe natürlich fressen will. Geht also nicht unvorbereitet durch die Tür. Denn innerhalb kürzester Zeit lernt euer Welpe Unarten, die ihr dadurch später wieder abtrainieren müsstet. Seht jeden Spaziergang als Trainingsspaziergang und übt mit eurem Welpen von Anfang an die Verhaltensweisen, die ihr haben wollt. Wenn ihr also auf der Straße regelmäßig tolle Leckerchen auspackt, zeigt ihr eurem Welpen, dass ihr interessant seid. Und so lernt euer Welpe, dass ihr spannend seid und ihr nicht nur die langweilige Spaßbremse am anderen Ende der Leine. So, ich hoffe, meine Tipps werden euch helfen, die Welpenzeit gut zu überstehen und eurem Welpen zu einem guten Start zu verhelfen. Zu guter Letzt kommt noch mein persönlicher Tipp. So anstrengend die Welpenzeit ist, so klein und tollpatschig wird euer Welpe nie wieder sein. Deswegen genießt sie in vollen Zügen. In diesem Sinne viel Erfolg bei der Erziehung eures Welpen und wie immer viel Spaß beim Training.